Wunderschönen guten Tag Leute, willkommen zurück zu einem etwas anderen Review, Audi RS Q8, ein richtig dickes Ding. Wir sind hier gerade irgendwo in der Nähe von Innsbruck, aber Leute, ich glaube, das Setting hier spricht alleine schon für sich. Es ist so, so geil, ihr seht, ich bin am grinsen. Dieses Teil hier, 600 PS, 800 Nm, V8, Leute, hier durch diese engen Kurven, filmen wir einmal ganz kurz runter. So, und das geht hier immer so weiter, durchzupreschen macht so viel Laune, let's go. Can we get some ratchet one time? So, Leute, die Aufnahmen waren ja schon mal richtig, richtig geil. Echt, ich komme immer noch nicht aufs Setting klar. Hier der Hals zugefrorene See, ganz typischerweise hier, Schlüssel zuerst, selber wie beim RS e-tron GT, selber wie beim Audi RS 6, kennen wir alles, sieht gut aus, ist aber gewohnt. Ja, was soll ich sagen Leute, RS Q8, das ist das erste Mal, dass ich den fetten Panzer hier fahre und er fühlt sich aber ehrlicherweise auf der Straße nett so an. Wirklich, der schwappt auch nicht oder so, richtig geiles Teil, ist dynamisch hier, schön Single Frame. Natürlich, Black Paket haben wir hier am Start, auch Privacy Verglasung, ihr seht, alles, was in Regel normalerweise Chrom sein könnte, ist hier schwarz, ebenso Spiegelkappen. Hier diese dunklen Lichter, aggressives Design, bei Nacht dann natürlich das Lichterspiel, wir lieben es alle. Jetzt hier im Winter auf 22 Zoll, finde ich aber auch echt schick für Winterfelgen, natürlich im Sommer nochmal mit Sommerbereifung auf fetten 23 Zoll, kann man ja bis zu 23 Zoll gehen, macht das auch nochmal ein bisschen was mehr her. Hier, schön in Rot hinterlegt, Audi, Keramik, Audi RS, Keramik, Bremsanlage, so rum, ist auch hier wirklich hilfreich. Hier in diesen engen Kurven, Leute, was soll ich noch großartig sagen, ich würde sagen, wir gehen nochmal hier ein bisschen das Auto entlang. Der einzige Punkt, den man vielleicht, das könnte hier ruhig bei den Schultern hinten noch ein Ticken breiter sein, wie beim RS 6 vielleicht, aber ansonsten auch. Endrohre sind jetzt hier in Silber geblieben, tatsächlich als einziges, weil wir aber auch nicht die Audi RS Auspuffanlage mit dabei haben. Bedeutet, Soundtechnisch ist das ein bisschen weniger, als wenn wir die mit am Start hätten, aber nichtsdestotrotz fehlt es euch hier nicht an Sound, der V8, sorgt dafür, glaubt mir, Leute. Audi Logo hier schwarz hinterlegt, hier nochmal schön der Schriftzug. Leute, heute ist wieder einer von diesen geilen Review-Tagen, was soll ich denn dazu noch sagen. Ich würde sagen, das Auto gehört hier hin, das Auto muss so aussehen, das Auto muss hier gefahren werden, Leute. Ein Blick nochmal hier schön ins Innere, den Zettel nehme ich euch gerade mal raus, weil man hat hier auch mehr als genug Platz. Der Sitz ist jetzt hier vorne auf dem Jan eingestellt, der hat es gemütlich, ich setze mich trotzdem mal dahinter. So, Leute, alles diesen, es ist alles cool, ihr könnt die Kids einpacken und Spaß haben. Ihr könnt die Kids einpacken und Urlaub fahren und ja, was soll ich denn sagen. Es ist ein herrlicher Tag. Es ist jetzt vielleicht nicht ganz so das objektive Review, aber ich möchte euch ein bisschen gute Laune machen. Ich möchte euch das Auto hier ein bisschen zeigen. Und apropos zeigen, würde ich sagen, dass wir hier gar nicht mehr so statisch bleiben, sondern das Ganze ein bisschen dynamisch machen. Wir steigen ein, wir legen los, wir brettern hier ein bisschen entlang. Let's go! Okay, Leute, wir sind auf Sport. Jetzt mal kurz das Fenster unten. Ja, Leute, das ist doch, das ist doch das, was ihr hören wollt. Ich weiß es doch hier, ihr Schlawiner zu Hause. Jetzt geht's ab, Leute. Jetzt checken wir mal. Ist auch ein bisschen nasse Straße hier. Was das gute Stück so kann. Ich muss auch sagen, was ich halt echt geil finde. Beim RS Q8, wir haben hier halt so ein Schiff auf der Straße. Haben auch trotzdem guten Sound, aber es ist halt wirklich sehr dumm, sehr dezent. Der brüllt hier nicht komplett los, aber auch alles andere als still. So, geht gut, ne? Geländetaugig ist das Ding auch auf jeden Fall allemal. Steigen wir mal ganz kurz aus, oder? Checken wir mal ab, wie das so von außen aussieht. Boah, ich glaube, das ist geil. Ich glaube, das ist sehr, sehr geil. Ich glaube, das ist sehr, 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 sehr geil. Ich liebe Leute. Es war Liebe auf den ersten Blick. Es war Liebe auf den ersten Klang. Was soll ich noch sagen? Jan, was soll ich noch sagen, bitte? So, kurzer Zwischenstopp ist erledigt. Leute. Jetzt würde ich mich mal interessieren, weil das Ding drückt ja, soweit ich weiß, wenn man das Package zugebucht hat, glaube ich 305 auf der Autobahn. Ich glaube ja, das ist immer noch so entspannt, selbst wenn du mit dem 300 fährst. Der hat so eine Seelenruhe in sich. Das ist halt das Einzige. Der braucht schon, wenn man aus der Kurve rauskommt, man braucht einen kleinen Moment, bis er dann beschleunigt. Aber wenn er dann beschleunigt, dann drückt euch auch ganz, ganz gut in den Sitz. So, Leute, jetzt fahren wir. Ich glaube, es müsste eine Autobahn sein hier. Hey, Kulisse, Sound. Ich kann ja mehr. Mein Kopf kann das alles nicht verarbeiten, Leute. Alter, das ist... Schade, dass wir nicht in Deutschland sind. Schade, dass wir nicht in Deutschland sind. Zack, 130, das war's. Da geht nichts drüber. Darf man hier nicht, Leute. Ich würde gerne, aber man darf nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich in Österreich wohnen würde, würde ich mehrmals einen Monat nach Deutschland fahren. Einfach nur für die Autobahn. Kommt aber auch an, was du für ein Auto fährst. Aber ich würde einfach aufs Prinzip... Auf die Autobahn fahren. Das ist echt wirklich ein geiles Auto. Kleiner Disclaimer war jetzt vielleicht nicht so ganz das unparteiligste Video. Ich wurde vielleicht ein bisschen von dem Setting und vom Sound mitgenommen. Aber ja, es war... Ich denke, es war trotzdem ein ganz geiles Video, Leute. Und in diesem Sinne auch nochmal, bevor es hier ganz dunkel wird, setzen wir einmal den Blinker... Und verabschieden uns mit einer wunderschönen Klangkulisse. Denkt dran, Leute. Abonnieren, kommentieren, liken, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.